Ich möchte dich in diesem Video einladen zu meinem Channeling-Seminar und spreche dir dieses Video auf, um dir in kurzen Worten zu erklären, worum es in diesem Tagesseminar eigentlich geht. Es besteht aus vier Teilen und in diesen vier Teilen teile ich meine Erfahrung, mein Wissen aus nunmehr über zehn Jahren als Channel-Medium mit dir. Und dieses Teilen findet statt in Zusammenarbeit mit den hohen Wesenheiten, mit den aufgestiegenen Meistern und natürlich mit den Arktorialen. Genau wie du stand ich vor vielen, vielen Jahren genau vor dem Wunsch, Ich möchte gerne genauere Botschaften, klarere Botschaften empfangen und begann zu üben. Ich begann Seminare zu besuchen, ich begann Bücher zu lesen und habe mich viele, viele Jahre fortgebildet und als dann der Kanal klar genug war, mich von den hohen Wesenheiten weiterführen lassen und viele Informationen bekommen, wie man gut channelt, wie es sich aufbaut in einem Menschen, worauf man achten darf, welche Dinge man besser nicht tut und wie man vor allem den kleinen, aber manchmal sehr großen Stolperstein deines eigenen Verstandes überwindet, damit dein Verstand dir nicht permanent sagt, du kannst nicht channeln. Denn die hohen Wesenheiten und auch ich sagen dir liebevoll, jeder Mensch kann Kanal sein, jeder Mensch kann channeln. Jede Empfindung, die du bekommst, ist bereits eine Übermittlung. Und wie das genau funktioniert, wie es aufgebaut wird, wie du dir sicher sein kannst, wie du in einer geschützten Umgebung üben kannst, das lernst du bei mir im Channeling-Seminar. Ich freue mich auf dich.